Hallo liebe Moviepiloten, ich habe Nachrichten von euch bekommen und Nachrichten von euch bekommen und Nachrichten von euch bekommen und Kommentare von euch bekommen. Yves, hast du etwa aufgehört über Fear the Walking Dead zu sprechen? Warum tust du uns das an? Diese Videos haben uns so sehr gefallen. Ich, es waren nicht gerade die populärsten Videos auf Moviepilot, aber wisst ihr was? Wenn ihr es euch so wünscht, I'm back baby, I'm back. Wir sprechen erneut über Fear the Walking Dead, aber heute sprechen wir über die ersten drei Episoden, die jetzt seit der Pause wieder da sind. Deswegen ohne weiteres, ja, hier kann es zu Spoilern kommen, was Fear the Walking Dead und The Walking Dead angeht. Sei euch dessen bewusst und alles, was jetzt folgt, ist natürlich nur meine Meinung. So, alles, der mal Bundeslame, legen wir los. Okay, ich gebe euch ja recht, ich mag Fear the Walking Dead. Ich weiß, es ist irgendwie eine unpopuläre Meinung, weil das Spin-Off wirklich durch Höhen und Tiefen gegangen ist und Season 5 fand ich fürchterlich. Generell, ich kenne kaum eine Serie, die sich so häufig neu erfunden hat. In gewisser Hinsicht habe ich Respekt davor, weil wenn wir uns angucken, was die erste Season ausgemacht hat, das war ein richtiges Prequel. Das war ein Prequel und in Los Angeles von der Zombie-Apokalypse. Zweite Season, dieser ganze Trip nach Mexiko, war was ganz Neues. Etwas derartiges hatten wir bei The Walking Dead nicht mehr. Und generell hatte ich das Gefühl, dass die ersten drei Seasons, die noch von, ich habe seinen Namen vergessen, der Showrunner, der auch beteiligt war in Sons of Anarchy, hieß er nochmal, Dave Erickson, Dave Erickson, hat das Gefühl, dass man da eher auf Realismus setzt. Wesentlich mehr noch auf Realismus gesetzt hat, als bei The Walking Dead. Und Season 3 war so mein absoluter Favorit. Und dann gab es einen Showrunner-Wechsel, ihr wisst ja alles. Morgan kam zur Serie und das wurde sehr Hit und Miss aufgenommen. Season 5 fand ich fürchterlich. Season 6 hat mich zurückgewonnen. Und Season 7 ist jetzt diese Staffel, wo ich echt gucken muss, gefällt sie mir am Ende ja, gefällt sie mir am Ende nein. Ich fand es cool, dass man sich zumindest getraut hat zu sagen, wir machen wieder was Neues. Und zwar sind wir jetzt im Fallout. Wir sind wirklich in der Mad Max-Post-Apokalypse nach dem nuklearen Fallout. Dass sie sich das überhaupt getraut haben, ich habe davor Respekt. Ist es mega comicartig und goofy und hat es noch irgendwas zu tun mit den ersten drei relativ geerdeten Seasons? Nope, nope. Fear the Walking Dead ist eine reine Genre-Show geworden. Season 6 war ein Western, Season 7 ist Mad Max. Aber es stört mich nicht, weil ich mag die Figuren, ich habe Spaß mit dem Konzept. Und ja, ich mag auch dieses Anthology-mäßige. Dass jede Episode sich einem sehr bestimmten Charakter widmet und so weiter und so fort. Und dass Strand der Haupt-Joker geworden ist, das war so alles, was Season 7 ziemlich gut gemacht hat. Und ja, vor der Pause haben wir endlich Alicia zurückgebracht und herausgefunden, was so aus ihr geworden ist. Und ihre Story war heftig. Weil ich finde es generell schade, dass Alicia so wenig Screentime bekommen hat in Season 6 und auch in Season 7 bis dato. Weil sie ist das letzte Mitglied der Clark-Familie. Obwohl, Madison kehrt zurück und ich bin mir ziemlich sicher, dass Madison erst im Finale von Staffel 7 zurückkehren wird, weil die Folge ist gone. Und ihr letzter Satz war ja, no one's gone until they're gone. Ich glaube, das war ihr Satz, bevor sie da gestorben ist. Aber jetzt ist es ja überhaupt kein Spoiler mehr, dass sie zurückkehrt. Sie ist im Trailer zu sehen. Jedenfalls haben wir herausgefunden, Alicia wurde gebissen, hat sich den Arm abgetrennt. Es war eigentlich alles viel zu spät. Sie kriegt immer wieder Fieberschübe, verwandelt sich aber nicht in einen Walker. Und deswegen finde ich diesen Aspekt wahnsinnig interessant. Alicia könnte Patient Zero sein für die Heilung. Sie könnte was ganz Besonderes sein in der Welt von The Walking Dead. Und diese Idee fand ich wahnsinnig spannend. Und ja, das Ganze ging ja so aus vor der Pause, dass Alicia Strand den Krieg erklärt hat. Ja, diese ehemaligen besten Freunde sind jetzt Todfeinde. Und jetzt haben wir eine Alicia-Folge nach der Pause bekommen. Und ja, ich muss sagen, sie hat mir leider nicht so gut gefallen. Und erneut alles, was mit ihr zu tun hat und generell, dass sie mehr Screentime verdient, finde ich cool. Die Idee, wird sie das überleben? Kann sie das überleben? Kann man ihr Blut benutzen, um diese Plage zu heilen? Ist das das Endgame vom The Walking Dead-Universum? Keine Ahnung, aber es war erneut eine krasse Füller-Folge. Nach diesem geilen Setup erfahren wir einfach mal das Offscreen, die sehr viele von ihren treuen Followern irgendwie am Stich gelassen hat. Die sind gestorben, weil sie ist nur einer Traumsequenz gefolgt. Und deswegen haben sehr viele Leute ihr Leben verloren. Und die haben es jetzt auch auf Alicia abgesehen. Das heißt, sie befinden sich nicht nur de facto im Krieg mit Strand, sondern auch mit ihrer Gefolgschaft. Und dann hat man einen Charakter eingeführt, so ein Musiker, der war ganz nett. Und dann ist er auch schon wieder hops gegangen. Das war im Grunde genommen die Folge. Fand ich ein bisschen schade. Ich fand es ganz cool, wo sie dann Flash hatte und den ganzen Cast gesehen hat. Weil ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal den kompletten Cast von Fear the Walking Dead in einer Szene gesehen haben. Aber ansonsten hat mich die Folge eher kalt gelassen. Zweite Episode hat sich Charlie gewidmet. Erneut eine Figur. Ich finde sie okay. Als sie eingeführt wurde, habe ich sie gehasst. Sie hat einen Nick erschossen. Ich finde es aber generell cool, dass in diesen Folgen, man merkt so ein bisschen, dass sie Madisons Rückkehr schon aufbauen. Weil in den letzten paar Folgen wurden alte Figuren häufig wieder thematisiert. Alicia hat über ihren Bruder Nick gesprochen, hat über ihre Mutter Madison gesprochen. Und dann hatten wir ja diese Charlie-Episode. Ich dachte mir sowieso, wenn Madison Charlie jemals, jemals zu fassen kriegt, wird sie sie umbringen, weil sie Nick erschossen hat. Deswegen, ja, die Charlie-Episode war auch nicht wirklich meint. Es war eine Love-Story. Sie hat tatsächlich so einen jungen Anwärter für einen Ranger-Posten bei Strand kennengelernt. Da hatten wir so eine Teenage-Love-Story zwischen den beiden. Weil anfangs dachte man sich, können wir Leute, die für Strand arbeiten, Charlie noch trauen, weil sie gehört auch zu Morgan. Und dann hat sich was zwischen denen entwickelt. Und dann hat sich herausgestellt, nein, Morgan hat sie da hingeschickt, um den Turm zu infiltrieren. Deswegen hat ihr frisch gebackener Lover sie einfach mal alleingelassen mit radioaktiven Zombies. Und wir haben herausgefunden, wow, Charlie ist jetzt todkrank. Sie hat nicht mehr lange. Sie ist wirklich, sie hat zu viel Strahlung abbekommen. Und June bestätigt das und sagt, ich hoffe, dass sie jeden Tag, den sie noch hat, genießt. Und weil ihr Freund ihr den letzten Wunsch erfüllen will und doch für Morgan handeln will, wird er von Strands rechter Hand einfach vom Turm geworfen. Und dann ist diese Love-Story auch sehr, sehr, sehr schnell vorbei. Wir finden auch heraus, dass John Dory Senior probiert, Victor Strand zu infiltrieren und so ein bisschen diese Voice of Reason zu sein. Wir dachten erst mal, hä, ist der jetzt ein Arsch geworden? Nein, ist er nicht. Was ich komisch finde, seitdem wir zurück sind aus der Pause, wird immer über Victor Strand geredet, aber man hat ihn noch nicht einmal gezeigt. Das fand ich auch nicht wirklich cool, weil er war so geil in der Rolle des Schurken. Aber das waren im Grunde genommen die ersten beiden Episoden. Das bringt mich aber jetzt zur neuesten Folge Ophelia. Und das ist die Folge, die mir wirklich gut gefallen hat. Das ist eine Daniel Salazar-Folge und die sind ja generell sehr, sehr stark. Wir hatten Daniel, Luciana und Wes. Und generell Daniel und Luciana zusammen zu sehen. Zwei Oldschool-Fier-Charaktere. Ich liebe es. Ich liebe die Tatsache, dass die beiden bonden. Und Daniel ist so eine spannende Figur und was sie jetzt mit ihm machen, weil er hat ja posttraumatischen Stress und er hat auch Schwierigkeiten mit seinem Gedächtnis. Ich meine, er leidet, ich weiß nicht, ob das Demenz ist, ich weiß nicht, was es genau ist, aber wir hatten das ja schon mal, dass er so wirklich seine schwachen Momente hatte. Und Luciana probiert mit Gedächtnistraining zu üben mit ihm und so weiter und so fort und er ist auf einmal wieder felsenfest davon überzeugt, dass Ophelia noch lebt. Das hatten wir ja schon mal mit ihm. Und er sagt ihr auch, er wirft ihr vor, ja, du willst ja nur ihren Platz einnehmen. Ich hab dich lieb, aber Blut ist dicker als Wasser und so weiter und so fort. Das Ganze hin und her zwischen den beiden fand ich eigentlich ganz niedlich und ist auch tragisch. Gleichzeitig haben wir auch Wes ein bisschen besser beleuchtet, der erneut mit den Leuten konfrontiert wird, zu denen sein Bruder gehört, den er umgebracht hat in Staffel 6. Wes ist auch so ein Charakter, der gehört für mich jetzt einfach voll dazu. Er wurde einfach nur in der schlechtesten Season ever eingeführt, aber ich hatte nie ein Problem mit der Figur. Aber generell, die Drehbücher sind einfach besser geworden, das muss man sagen. Auf jeden Fall, Daniel geht raus, weil er ist felsenfest davon überzeugt, dass Ophelia sich auf der Abigail befindet. Wenn ich mich nicht irre, war das doch die Yacht von Victor Strand in Season 2. Und er sieht dort eine Yacht auf dieser Memorykarte und denkt, es gibt eine Yacht da draußen. Dann kommen da erneut diese Stalker, heißen die so? Das ist die Gruppe rund um Alicia, die es jetzt auf Alicia abgesehen hat. Der eine hat keine Hand mehr, weil er wurde ja schwer verletzt an der Hand. Und ja, es kommt zur Konfrontation. Wes, Luciana und Daniel werden entführt. Wir haben übrigens auch so eine Grube eingeführt mit radioaktiven Walkern, die auch wahrscheinlich noch wichtig werden. Aber, 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 ich muss sagen, dieser Plot hat mir wahnsinnig, wahnsinnig gut gefallen. Obwohl es ein bisschen repetitiv ist, dass Daniel erneut so seine schwachen Momente hat, war das auf Charakterebene einfach das Beste. Weil die drei werden jetzt gefangen genommen. Und Daniel, von dem Moment an, wo er wieder glaubt, dass Ophelia da draußen ist, ist er auch wieder fähig. Und er ist so ein fähiger Killer. Und eigentlich brauchen Morgan und Co. Daniel, um Strand zu besiegen. Weil niemand kann Strand so gut lesen wie Daniel. Die beiden hatten schon mehrere geniale Konfrontationen. Und ich bin ja auch davon ausgegangen, dass es zwischen den beiden nochmal richtig clashen muss. Aber Luciana redet immer wieder auf ihn ein und sagt, äh, sorry, deine Tochter ist nicht mehr da draußen. Und er spricht mit dieser antagonistischen Gruppe und sagt, ich verrate euch, wo die Waffen sind, die ihr haben wollt, wenn ihr mir meine Tochter zurückgebt. Sie ist doch in dieser Yacht. Und Luciana probiert, immer wieder auf ihn einzureden. Aber das Geile ist, Daniel, obwohl er schwache Momente hat, hat er auch starke Momente. Weil er gibt denen die Koordinaten anscheinend von den Waffen, gibt denen aber eine Bullshit-Adresse, aber ist trotzdem felsenfest davon überzeugt, dass Ophelia da draußen ist. Und er hat auch seinen Psychomoment, wo er dem einen die Kehle durchschneidet und Wes wird es langsam zu viel. Und am Ende der Episode, das war das wirklich starke. Das fand ich wirklich... Zum einen, wir sehen, dass Morgan und Dwight und Co., die haben schon diese Waffen bekommen. Das heißt, wir arbeiten jetzt wirklich auf was hin. Das könnte eine geile Schlacht sein. Richtiger Bürgerkrieg. Wir haben zwei Fraktionen von unseren vier Charakteren, die gegeneinander antreten. Etwas derartiges hatten wir noch nie in der Welt von The Walking Dead. Dass wir Figuren hatten, die früher wirklich zueinander gehalten haben, die sich jetzt in zwei Hälften geteilt haben und gesagt haben, ja, wir kämpfen gegeneinander. Sucht euch eure Seite. Das ist Civil War. Nicht bei Marvel, aber im The Walking Dead-Kosmos. Das macht schon irgendwie Spaß. Und auf der anderen Seite, Luciana hatte dann einen Moment, der heftig war. Weil Daniel hat ihr gesagt, von dem Zeitpunkt an, wo ich ein Ziel wieder hatte, Ophelia wiederfinden zu wollen, war ich klar am Kopf. War ich wieder fähig? War ich wieder der Mann, der ausgebildet wurde vom CIA und so weiter und so fort? Und Luciana benutzt das und sagt ihm, deine Tochter lebt immer noch. Das hat mir der eine Typ gesagt, bevor er gestorben ist. Und sie wird gefangen gehalten in Strands Turm. Und er wieder, alles klar. Ich leite die Mission zu Strands Turm. Und Wes ist das zu viel. Wes sagt, wow, Luciana, sorry, du bist ja genauso kacke wie die anderen. Und sagt einfach, peace out. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich mach da nicht mehr mit. Und tatsächlich läuft er über zu Strand. Er macht ihm einen Deal. Das heißt, auf der einen Seite haben wir jetzt Morgan, der eine ganze Armee hat. Er hat diese ehemaligen Gefolgsleute von Teddy. Ich find's trotzdem komisch. Wie kann die Gefolgschaft von Teddy Morgan gegenüber loyal sein? Verstehe ich nicht wirklich. Aber okay. Auf der anderen Seite freue ich mich auf das Geschehen, was jetzt auf uns zukommt. Das heißt, die dritte Episode von den dreien war mit Abstand die beste. Ich mochte Daniels Story-Arc. Ich mochte generell, dass man hier sowohl die Charaktere weiter gut erzählt hat, als auch den Plot ein bisschen vorangetrieben hat. Weil die anderen zwei Episoden, die waren echt Füller. Ich weiß, Charlie wird bald sterben. Aber sie ist keine Figur, der ich wirklich eine Träne hinterher weinen werde. Ich weiß nicht, ob es gemein klingt, aber es ist einfach nur mal die Realität. Ansonsten, ich bin lauwarm gerade gestürmt. Ich find, Fear hat seine Momente. Aber Fear, nach so einem harten Cliffhanger, hätten wir schon wirklich in die Action springen müssen. Weil es wird schon die ganze Zeit über diesen Konflikt gesprochen. Strand, Alicia und so weiter und so fort. Madison ist noch irgendwo im Hintergrund und so weiter und so fort. Man macht noch nicht so wirklich viel draus, wie ich mir das gewünscht hätte. Ich bin gespannt. Jetzt muss echt was geschehen, aber die dritte Folge mit Daniel, ich fand sie gut. Da hatte ich echt meinen Spaß mit. Und das sind meine Gedanken zu den ersten drei Folgen von Fear the Walking Dead Staffel 7 Part 2. Jetzt frage ich euch, wie steht ihr zu Fear the Walking Dead Staffel 7 Part 2, diesen ersten drei Episoden? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.